Das ist auch noch heute meine Einstellung. Ich könnte jederzeit, wenn es mir irgendwo gefällt, ganz woanders weiterleben. Ich hatte gerade eben Herzog kennengelernt und es war geplant, im Hochsommer durch die Sahara zu fahren. Was Idiotie ist, keiner fährt im Hochsommer durch die Sahara. Also es kam eine Menge, Menge Punkte, wo man dachte, das ist, vergiss es. Und dennoch habe ich mir gesagt, es ist spannend, es ist aufregend, ins kalte Wasser zu springen. Die Realität ist ja das, was ich selber sehe und es ist dann schon, eigentlich bin ich selbst der Filter und sehe es anders als andere und es ist alles inszeniert.